Seekräuter und eine Kiste für Dublon Ingame und insgesamt werde ich jetzt 15 Kisten nacheinander mit euch öffnen. Das sind diese Premium Kisten und ich bin gespannt, was da drin ist. Ich will natürlich ein paar Spritmarken haben, hier Treibstoffmarken und alles andere ist für mich Goodie. Deswegen habe ich es gemacht. Ich werde sowieso als Streamer und als Videomacher hat man weniger Zeit, das Spiel zu spielen als sonst und deswegen verkürze ich mir somit ein bisschen die Zeit. Das ist auch legitim, denke ich, und nachvollziehbar. Okay, fangen wir direkt an, ohne lange zu quatschen. Geht los und da geht es schon mit den ersten 5 Tarn und Post-Europa-Kalypse. 50.000 Elite-Kapitäns-EP und 15 Marken. Danke. Das war Container 1. Und dann geht es weiter. Nochmal 5, 1 Million und wieder 15. Sehr schön. Das war Nummer 2. Und Nummer 3? Oh, Elite-Kapitäns-EP kann man immer gut gebrauchen, um Kapitäne auszubilden. Dann geht es hier weiter. Bin ich mal gespannt, wie die aussehen. Aber die Werte sind auch nicht schlecht, ne? Also Kapitäns-EP 150. Das kann man immer gut gebrauchen, um Leute auszubilden. Das war Container Nummer 3. Und jetzt kommt Container Nummer 4. Und da gibt es Tarnung, Tarnung und Marken. Okay. Spannend. Und weiter geht es. Wieder Elite-Kapitäns-EP. Das geht hier richtig ab. Das war Nummer 5, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und weiter geht es. Keine besondere Tarnung dabei. Also das ist schon mal sehr interessant. Elite-Kapitäns-EP bis zum Umfallen. Junge, Junge. Damit kann ich ja echt zwei Kapitänen jetzt schon auf 19 bringen, so ungefähr. Ich hatte ja eh welche vorher. Jetzt 10.000 Kohle kann ich auch gut gebrauchen. Gerade, weil ich jetzt eh vorhabe, die Yoshino zu kaufen. Und die gibt es ja dann auch im Livestream zu sehen hier. Dann geht es weiter. Und da haben wir sieben Tage Premium-Spielzeit. Danke Wargaming. Okay. Weiter nur mal mit den Tarnung. Und dann haben wir jetzt schon mal 10 durch. Jetzt kommen die letzten fünf Container. Okay. Naja, eine Tarnung hätte ich schon ganz gerne. Zumindest. Irgendwie. Keine Ahnung. Am besten hier für die Yuan. Das wäre das Beste, was passieren könnte. So. Ihr seht hier, ich habe jetzt eigentlich 42 Container. Das sind aber, wie gesagt, nur 15 von diesen Premium-Containern hier. Hier nochmal Kohle. Also 20.000 Kohle schon mitgenommen. Die Tarnungen sind auch gut. Die Elite-Kapitän CP finde ich aus. Genial. Da freue ich mich in Summe drüber. Premium-Spielzeit. Ja, nimmt man mit. Auch wenn ich sie jetzt nicht dringend brauche. Dann haben wir noch drei zur Verfügung, wenn ich mich recht entsinne jetzt. Und nochmal Kohle. 30.000 Kohle mitgenommen. Super. Und dann müsste es noch eine Büchse geben hier nach. Da haben wir nochmal Credits. Danke. Und ja, ich probiere es jetzt noch einmal. Kann auch sein, dass das jetzt schon ein anderer Container ist. Ja, das ist schon ein Rosen-Container. Okay. Dann sind wir mit 15 durch. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was Besonderes zeigen. Zumindest, dass ihr so einen Eindruck habt, wie häufig droppt der ganze Kram denn mit diesen Sondertarnungen. Ich habe jetzt keine einzige dabei gehabt, obwohl ich jetzt über 50 Euro ausgegeben habe. Das ist eben so. Damit kann ich leben. Ich unterstütze das Spiel damit. Also, ich liebe dieses Spiel. Das ist nochmal so. Da können die sich drauf verlassen. Sag ich jetzt einfach mal. Ist meine persönliche Meinung. Müsst ihr natürlich nicht teilen. Ist ganz klar. Ich wollte trotzdem euch einmal zeigen, was möglich ist. Und in dem Sinne, ja, ich danke euch für zusehen. Ist ein sehr kurzes Video geworden. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video hier auf dem Kanal. Ja, Ausblick, Flaschenpost, Livestreams, alles Mögliche an Informationen rund um das Spiel findet ihr natürlich hier. Und dann auch bei uns auf der Facebook-Seite, Instagram, wo ihr wollt, Twitter. Da sind wir auch verfügbar. Also, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.